Willkommen zurück hier bei The Walking Dead Dem Anfang vom Ende Das werde ich nicht zulassen, dass dir was passiert, Clementine Wenn ich mein eigenes Leben dafür geben muss Und du, Panner Hey Wie kommst du, ihr so etwas zu sagen? Verängstigst sie Es liegt nicht an ihr Dir das zu sagen Wir halten an den ursprünglichen Plan Wir finden ein Boot Hm Soll ich sie zu einer kleinen Soldatin machen oder was? Hm Ich denk drüber nach Ich sag gar nichts Stimme dir sogar zu, Chuck Stimme ich dir zu? Hast du eine Familie? Zeig mir die Familie eines Mannes und ich kann dir sagen, wer er ist Hast du eine Familie? Was ist dein Plan? Wohin willst du? Klingt nicht so, als hättest du einen Plan, kritisierst uns aber, dass unser nicht gut genug sei Das lässt es mir schon auf der Seele Du weißt, dass ich, naja, ich hab Duck erschossen Die ganze Welt geht vor die Hunde Zumindest stimmt die Aussicht Gott, Kenny, ey Das Das tut mir so unfassbar leid mit deiner Familie Du hast alles verloren Möchtest du noch immer auf das Boot? Ja Hast du, hast du eine Karte? Ah, da an der Wand hing einer Nehmen wir die doch mal Das ist Ach, Kenny Jetzt gib mir doch einfach die blöde Karte Kenny Lass uns Tacheles reden Ich erzähl dir von meiner Vergangenheit Kann ich an die Karte nicht kommen? Scheint so Okay Dann werde ich jetzt direkt zu Den letzten Waggon gehen Chuck sagte nämlich Ich will eigentlich nur hier raus Führerhaustür, genau Im letzten Waggon, wo Chucks Sachen aufbewahrt sind Hat er gesagt, er hätte eine Schere Reden wir nochmal mit Ben Ben ist so das 18. Rad am Wagen Hey Ben Hey Doug hat dir das Leben gerettet, ne? Das weißt du Doug hat dir das Leben gerettet, du weißt Ich weiß, ich weiß Ich weiß nicht, ob ich so weitergehen kann, Mann Well, du musst Das ist nur so, wie es ist Aus diesem Kerl werde ich auch nicht schlauer So viele sind wir gar nicht mehr, ne? Und du bist immer noch bei uns Was hältst du davon? Es sind nicht viele von uns noch Ja Wir sind alle heimatlos So kann ich nicht komplett mit ihm reden See you Hm Offensichtlich ist alles gesagt worden Gut, gehen wir mal weiter Pass auf, dass du nicht rausfällst, Clem Das fehlt uns noch Rucksack Die Schere Die Schere Hm Was denkst du über Chuck? Babygirl, erzähl mal Ja, das glaub ich auch Ein ganz schöner Kacktag, oder? Ja In dieser grausamen Welt Da musst du wirklich Musst du wirklich klarkommen Und versuchen, dich selbst zu verteidigen Ich werde dir dabei helfen Ich erklär dir jetzt mal, wie du schießt, okay? Du musst wissen, wie du dich beschädigst Wie, schieb oder weg zu schießen? Got it Ich meine, mit einer dieser Erstens, nicht Angst, es ist nur ein Ding Take it Aber weißt, wo du dein Finger ist All the time Und nicht auf den Trigger, wenn du jemanden schlagen willst Okay Okay Kluges Mädchen Wie beim Militär Tief einatmen, Luft anhalten und Feuer Dadurch zielst du genauer Das kleine Ärmchen Musst du ein bisschen höher zielen, Clementine Bisschen Ja, nach rechts Bisschen höher Ah, ein bisschen weiter nach links Schön ruhig halten Sehr gut, sehr schön, Clementine Ich habe es Excellent, guter Schuss Ich bin stolz auf dich Meiner kleinen Tochter würde ich dir das auch zeigen So, ein bisschen weiter nach links Ein bisschen tiefer, glaube ich Jetzt nach rechts Und schön ruhig Hervorragend Klasse, Clementine Wir machen aus dir einen richtigen Scharfschützen Ich freue mich, dass du auf meiner Seite bist Du wirst uns beschützen Perfekt, gleich beim ersten Mal Ganz genau Luft anhalten Innehalten Und zwischen den zwei Herzschlägen abdrücken So, Clem Wegen deinen Haaren Ich habe so schöne Zauselhaare So, du wahrscheinlich nicht Du wirst dich nicht so liefst Oh, nein Was ist passiert? Nichts Wir müssen über deine Haare Es ist nicht sicher Das ist nicht schön Das ist nicht schön Was? Schneiden wir dir die Haare Ich bin auch ganz vorsichtig Ich bin auch ganz vorsichtig Du wirst so süß, Clementine So schlimm wird es nicht sein How hard could it be? Ich werde mich als ein Kind Söch jetzt So you did kill someone before Ja You could have just told me I wouldn't have been afraid of you or anything I'm sorry You've killed lots of things now It doesn't even matter Jemanden zu töten? Doch, es ist was anderes. Hier, ich habe ein paar Haare-Thingen. Du auch? Ja, Lilly hat sie mir zu schlafen gegeben. Da, alles fertig. Sieht es schade? Nein, du siehst so schön und viel schwerer zu holen. Dass ich hier mit Clementine so viel Zeit verbracht habe und sie auf die Gefahren dieser Welt vorbereitet habe. Ah, was zu trinken. Eine Whiskyflasche. Ich kenne da jemanden, der da richtig Bedarf für hätte. Habe ich noch was mit Clementine zu bereden? Ich möchte mich mal etwas umsehen. Ich glaube, wir haben alles besprochen. Okay. Dann gehen wir doch mal wieder nach vorne und... trinken mit. Tag, eine Runde. Blutfleck. Das ist... Das ist noch von Duck, richtig? Das ist ein Bluthusten. Habe ich noch was mit Ben zu besprechen? Hey, Ben. Hey. See you. Ja. Das ist eine feine englische Art, was ich mache. Na gut. Vielleicht kann ich ja jetzt mit Kenny sprechen. Ich würde gerne zur Karte kommen. Get out of here. Kenny, du nervst mich. Warum? Was hab ich... Dann schmoll weiter. Ich kann nichts dafür, dass seine Familie so gestorben ist. Naja. Zumindest nicht in der Form. Aber ich verstehe, dass es dir schlecht geht. Hier, Chuck. Hab ich dir mitgebracht. Ich habe das gefunden, wenn du es willst. Verdammt. Ich wusste nicht, dass ich es noch hatte. Danke. Ein 18-jähriger Taliska. Scotch. Willst du nirgeln? Einer von uns sollte... ...naja, bei Claren verstanden bleiben. Ich bin okay. Seid dich selbst. Ja, ich hätte... Ich kenne da jemanden, der sicherlich... ...Lust auf den einen oder anderen Tropfen hätte. Hey, Kenny. Na komm. Willst du einen Schluck trinken? Draußen mit Chuck. Chuck wollte wissen, ob du einen trinken brauchst. Er hat etwas? Ja. Und wer kann es ihm verübeln? Danke. Gut, dann gehe ich mit Clementine mal die Umgebung durch. Schauen, was uns erwartet. Es war ich. Was? Huh? Ich war derjenige, der den Banditern die Umgebung zu geben. Du? Was? Ich habe dich verteidigt. Es ist all meine Schuld. Warum, Ben? Warum hast du das gemacht? Was ist das denn? Warum hast du das gemacht? Sie sagten, dass sie meinen Freund hatten. Aber er war mit ihnen. Hm. Nachdem ich das Gefühl hatte, dass sie nicht gemacht haben, war es zu lang. Sie sagten, dass sie mich töten würden. Wir töten alle von uns. Ich bin sorry, Lee. Du willst immer noch mit mir sprechen? Ja, ich rede noch mit dir. Ja, ich mache. Ich bin wirklich sorry. Das glaube ich dir sogar. Was machst du denn hier draußen? Was machst du denn hier draußen? Es wäre vielleicht besser, wenn du deine Gedanken für das erste für dich behältst. Sein Sohn ist bei dem Fauxpas gestorben. Ich würde dich vom Zug schmeißen. Ich sehe dich. Ja. Man kann nicht nur Mitleid haben, ja? Man muss auch Verantwortung für seine Fehler übernehmen. Und wenn die Verantwortung bedeutet, mal einfach die Klappe zu halten, dann ist das halt der Preis, den du zahlen musst. Hier, Clementine, die Karte. Lass uns mal drüber gucken. Hey, Cliff. Hi. Ich möchte über Savannah sprechen. Ich auch. Und was wir machen, wenn wir da sind. Wir wissen nicht, was wir erwarten. Die Stadt könnte schlecht sein oder völlig unter Kontrolle. Die Sache ist, wir sind ein Team, weißt du? Und ein Team braucht ein Plan. Außer von allen anderen, wenn das Trainstabend ist, wir und ich sollten genau wissen, was wir machen. Ein Plan. Ich mag es. Seine Eltern sind wahrscheinlich tot. Wir müssen versuchen, ein Boot zu finden. Das ist der Plan. Okay, aber wir sind in Savannah. Und meine Eltern waren in Savannah. Ich weiß. Schau. Nein, ich bin nicht über die Sicherheit. Ich bin über sie finden. Aber wo sollen wir suchen? Hast du eine Idee? Wo würden wir sogar schauen? Ich kann erinnern, wo sie standen. Vielleicht sind sie nicht weit weggegangen. Clementine. Bitte, Lee. Okay. Wir müssen es auf der Welt herausfinden. Aber ein Boot ist der Hauptplan. Ja. Sie können mit uns kommen, richtig? Ja. Wir sehen uns, dass wir direkt durch die Stadt kommen, wenn es nichts auf den Straßen gibt, um uns zu halten. Wir werden wollen, um ein Boot zu suchen. Hier. Und von da, wir haben alle die Savannahen zum Südwesten von uns. Und wir haben eine gute Chunkte von Savannahen hier. Was denken Sie? Sie bleiben immer in der gleichen Ort, wenn sie da gehen. Es ist, äh... Ja. Hey, nicht zufrieden. Wir werden es herausfinden. Sie haben da noch nie? Mal. Na, denken Sie. Wir haben viele Hotels hier, aber leid diese MAP, und vielleicht wird die Erinnerung. Ich denke, das war diplomatisch. Na klar, warum sollte ich mich jetzt noch verstecken? Ich habe dich zu ihnen gebracht, wenn überhaupt. Was? Was zum Teufel? Was? Fuck, 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 fuck! Das heißt dann wohl Endstation, ja? Das wird sicher nicht einfach. Sind sie bewaffnet? Nein, wir sind freundlich gesinnt. Dude, es ist ein Wreck. Es ist nicht so schlecht von hier. Schreib deinen Freund an, um zu sehen. Alles, was da drüben geht. Wir lassen sie nicht weg. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Honorier es doch mit einem Daumen nach oben. Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann. Ciao, ciao. 2 Lovers in here Wind blows 2 Crows Black Shadow 2 Crows in a meadow Wind blows 2 Crows Black Shadow 2 Lovers in here 2 Lovers in here Black Shadow 2 Crows spaced far apart Wind blows 2 Crows Black Shadow 2 Cars on a hill Wind blows 2 Crows Black Shadow 2 Crows